Und mit diesem Spießroutenlauf möchte ich euch herzlich willkommen heißen hier auf dem Kanal der letzten Folge mit mir, dem Jens. Wir spielen wieder Sniperros Warrior 3 und müssen uns hier zwischen den Minen durchschlingeln, wo ich ehrlich gesagt gar kein... also deswegen kann man hier auch die Spur, deswegen haben wir in der letzten Folge hier die Spur analysieren können, damit wir quasi den Spießroutenlauf sehen können. Allerdings weiß ich nicht warum wir hier... ach so genau ich wollte hier wegen dem... Oh 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 oh... Alter komm schon! Alter komm schon! Nein! Dieser Baum ist glitschig, dieser Baum hat Moos angesetzt. So ich wollte hier wegen den Fragezeichen, das war es gewesen. Neue Spur entdeckt? Wo? Was? Was? Analysieren wir. Kampf. Zwei Soldaten. Vorsichtige Schritte. Fahrschütze. Was? Fahrschütze? Ein kurzer Blick. Menschliche Fußspulen? Ja, das ist ja irgendwie klar, ne? Ja, jetzt nix so sehr unbesonderes, was wir hier gerade entdecken. Wer allerdings jetzt hier rumläuft, finde ich jetzt gerade nicht so erotisch. Ah, Fahrschütze. Alter, die hätten ja uns in der letzten Folge da wegsnipern können. Ich habe Vorräte gekriegt, gefunden. Buhl. Geheimslage. Buhl, Schafschütznest. Entdeckt und zugenäht. Große Frage ist, wie lange bleibt der da und jetzt stehen? Ich würde jetzt am liebsten den Schaf schützen. Und das! Keine feindes Bewegung im Sektor! Das war... Das war jetzt irgendwie ein bisschen nicht so geil. Vor allem, dass der eine so lange gelebt hat. Scheiße! Ich finde ja jetzt ein bisschen ungeil, dass er so lange überlebt hat. Ach, Mann, ey. Scheiße. Wie ist das? Ja, scheiße. Verbandskasten haben wir jetzt einen eingesammelt. Wir hatten aber noch einen. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Freunde! Wir brauchen eine neue Pistole. Wir brauchen eine geschlagkräftigere Pistole auf jeden Fall. Boah, oh. Ist... Nein, jetzt geht die Scheiße hier. Das ist aber auch fuck, ey. So. Und so. Und hier zwischendurch. Dann haben wir es schon geschafft. Nice. Achso, wir hätten ja gar nicht... Ach, Mann. Ich denke immer, man kann hier nicht von überall porten. Aber wir können ja von überall porten. Wir können ja einfach nach Hause. Mein Gott. Das ist doch so einfach. Dann hätten wir gar nicht zurücklaufen müssen. Egal. Auf jeden Fall bin ich gespannt jetzt mit der nächsten Mission. Also zwischendurch haben wir mal so eine kleine Sidequest. So vor einer Mission, nach einer Mission. Das kann man hier mal ganz cool machen. Ich würde sagen, machen wir nochmal schnell hier Munitionsaufrüstung bzw. Medizin, wo uns ja hier die Adrenalin-Packs ausgehen. Schmerzmittel haben wir. Oh, können wir noch eins kaufen? Eins, klar. So, Pistole. Können wir was machen? War auch nix. War auch nix. Neue Pistole wahrscheinlich. Ja, neue Pistole. Die haben halt alle keinen Schalldämpfer am Start. Oder kann ich den danach... Das weiß ich halt nicht, ja. Weil da steht ja hier unten rechts, der Schalldämpfer ist ja... Aber kann man für beide kaufen anscheinend. Mehr Schaden. Also komm, wir kaufen hier die Rehawald 99. Ah komm, scheiß auf. Die haben wir jetzt gekauft. Können wir die anpassen? Können wir erstmal... Wohl, erstmal ein Schalldämpfer dran. Visier. Was mit der Lampe? Laserlauf 0. Was? Will ich eigentlich gar nix von beiden haben. Jetzt hat die eine Schalldämpfung auf jeden Fall. So, dann können wir nochmal hier ein paar Munitionsprolegen. Oh, jetzt haben wir schon viel zu müssen. Äh, hier, Visier. Oh, die Archer kriegt ein Visier. Ach, Laserlauf auch noch. Ich will so ein richtiges Visier. Was für ein Geiz. Nächste, ne. Lock hatten wir ja schon. Freigeschaltet. Ne. AP. AP haben wir neu. AP haben wir neu. Äh. Ja. Die ist halt schon krass, ne. Und könnten wir eigentlich mal so 10 Stück mitnehmen. Weil Hamm ist Hamm. Und wenn wir nicht Hamm, dann haben wir... Jetzt können wir auch 338er Marke herstellen. Das ist auch cool. Wir haben noch gar keine Waffe, die 338er schießt. Das ist das Problem. Ansonsten, oh, Skills, Skills haben wir schon lange nicht mehr verteilt. Alter Verwalter, hab ich voll vergessen, ey. Ähm, halt deinen Atem beim ziehen, 5% länger an. Erkennen im Erkundungsmotor das Beutekästen in einem 15 Meter Radius durch Wände. Schalt zusätzlich Punkt Blutplatz für die Drohne frei. Luft. Auf jeden Fall Luft. Sehr schnell von Fallen haben wir noch gar nicht gemacht. 25% weniger Explosionen brauchen wir auch. Naja, scheiß. Ne, so. Ja, okay. Wir müssen so oder so ja irgendwas machen. Und hier können wir noch gar nichts machen. Wir sind zu wenig Krieger. Wir sind zu wenig Krieger. Das ist auf jeden Fall ein Problem. Das ist das eine große Problem, das wir haben. Die zweite Rüstung. Oh, gleich mal eine neue kaufen. Reparieren. So, reparieren ist gut. Wir wurden ja hier schon ein paar Mal angeschossen, ne? Okay. Eine neue Knarre. Und, äh, brauchen wir noch eine neue Version. Weiß nicht, warum ich das hier immer über dieses Terminal mache. Kann man auch aus dem Inventar ausmachen. Triff dich mit, äh, MD-Team. Triff dich, trifft dich, MD-Team. Mit dem Team. Hätte man nicht mit dem Team ausschreiben können. Reise zu den nahen Bergen und trifft dich mit dem Rest des Teams, um das weitere Vorgehen zu planen. Wohl, das machen wir doch. Kennen wir nix. Los geht's. Wo müssen wir denn eigentlich? Wo ist, äh, the question marker? Ne, nicht question marker, sondern... Sind die nahegelegenen Berge. Wir sind hier rundherum von Bergen umgeben. Was ist da los? Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ach, wir müssen zum Auto. Wir müssen Autofahren. Autofahren, Autofahren. Wir müssen lustig Autofahren. Ist da kein Problem. Machen wir doch. So. Jetzt geht's los. 3, 2, 1, Risiko. Dark, quen, dark. Puh, ich hab's an der Hülle geflogen. Okay, dann müssen wir aber ganz schön... Haben wir da? Haben wir da? Haben wir da was? Haben wir da was? Haben wir da was? Haben wir da was? Das heißt, wir können jetzt erstmal eine Runde Autofahren, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich da, wenn ich nicht vergesse, wieder zu schneiden. Das ist das Problem, ja. Wow, was für ein Jump habt ihr das gesehen? Oh, ist das nicht da, wo wir herkamen? Ist das nicht da, wo wir herkamen? Könnte das auch sein? Und was ist hier eigentlich noch so? Ne, da kamen wir nicht her, glaube ich. Oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. In diesem Dorf halt... Ne, wir kamen aus dem Süden. Wir kamen aus dem Süden. Wir fahren jetzt aber in den Westen. Uh, ganz neue Region. Hier sind wir ja auch gar nicht nirgendwo hingefahren. Ja, alles klar. Okay, ja. Nein, nicht schießen. Nein, nein. Alles cool, ich bin schon weg. Niemand, ich bin niemand, niemand. Einfach niemand. Ein bisschen schade ist, das Teil hier anscheinend irgendwie... Ja. Also das sollen ungefähr 82,85 kmh sein. Ich bezweifle es minimal. Kann ich mir nicht so vorstellen, dass wir hier ganz locker mit 90 Sachen hier diesen Feldweg lang bümpeln. Das Schwierigkeitsgefühl stimmt ja nicht. Also 50. 50 würde ich akzeptieren, aber... Nicht 80, beziehungsweise hier 90, die wir jetzt gerade düsen. Und wir düsen, düsen, düsen im Sausen. Danke, Jan, übrigens für den Ohrwurm, den du mir da verpasst hast mit diesem Düsen. Wirklich, immer wieder fällt mir das ein. Mit diesem Düsen, düsen, düsen. Ja, und damit willkommen zurück hier aus dem Ladebildschirm. Ich habe ein bisschen länger gewartet, aber nur für euch. Jetzt geht es weiter. Wir müssen noch 993 Meter fahren. Wir sind jetzt in den Bergen. Oh. Wir sind jetzt... Uh, was ist das? Was ist das? Wir suchten das Ziel. Pum, pum, pum. Dann würde ich sagen, düsen wir nochmal da hoch. Und schauen mal... Und du befindest dich in einer neutralen Zone. Und du provoziere die Kriminellen nicht, dann greifen sie sich auch nicht an. Feuerst du deine Waffe ab oder betrittst deinen gesperrten Bereich, werden sie dir gegenüber feinstellig verhalten. Okay. Damit kann ich erstmal grundsätzlich gesehen leben. Ja. Das ist erstmal okay für mich. Nur was ist da oben? Ne. Was hier unten? Oh, Entschuldigung. Wo? Da waren irgendwelche Boys. Ich habe mir gerade gesagt, also ich bin theoretisch hier in einem... Ach, ne, wir haben schon gar nicht gehört, aber stimmt. Wer ist da? Okay, der hätte jetzt auch nicht geschossen, wenn ich das... Wenn ich das jetzt drunter errichtere in der Politik... Und wir haben Kriegerpumpel. Wow, wow, wow. Entschuldigung. Gab es jetzt hier irgendwas umsonst? Wir müssen erst mal auf unser Leben achten. Alter. Wir müssen erst mal auf das Gebiet eingetrunken. Versteht man das, was ich sage? Nur so ein bisschen? So ein bisschen weinersinnend. Okay, was wir hier alles machen können. Aber was ist das hier? Was ist da? Ist da irgendwas auf der Karte? Versteh ich nicht. Das ist ein Symbol, das kenn ich nicht. Achso, das ist da hinten. Dürre. Interessanten Punkt. Interessenpunkt erhalten. Dürre. Wir haben die Dürre gefunden, Leute. Das ist das Geilste überhaupt. Also ohne Scheiß, ne. Das ist quasi Gottes Geschenk direkt an mich. Und an euch. Natürlich dadurch. Ich bin hier quasi nur der Überbringer. So. Das heißt, ich kann jetzt theoretisch einfach in die Zone reinlaufen, wa? Feuer ist deine Waffe. Oder du bist dein gesperrter Bereich. Gesperrter Bereich. Also dieser rote umrandete Bereich ist ein gesperrter Bereich. Das heißt, die hätten ich jetzt theoretisch eigentlich gar nicht angreifen dürfen, wenn ich das so interpretiere, wie, ne, wie das, wenn. Na ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall cruisen wir jetzt erstmal hier zum, ähm, Gebiet, wo wir hin müssen. Außer der Interessenpunkt hier ist auch noch interessant. Außer das ist nur ein Wegpunkt. Das ist nur ein Wegpunkt. Hallo Wegpunkt. Finde ich cool. Dann rühren wir jetzt nochmal da hoch. Ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass es noch ein, noch ein weiteres Gebiet gibt. Äh, hätte man wahrscheinlich eher durchzählen können, äh, auf der ersten Karte. Weil man kennt ja die Statistiken, was man alles schon freigeschaltet hat und mit den Punkten auf der Karte abgleichen, so blablabla, hätte man machen können. Aber wir sind hier eigentlich nicht, um Mathe zu machen, sondern um hier zu zocken. Um hier, wo geht's denn da rein? Ja, ja, nein, 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 nicht runterfahren, danke. Wäre es jetzt gewesen, wenn wir da jetzt runtergefahren wären, dann wäre es wahrscheinlich noch explodiert wieder so ein Scheiß. Warum muss ich's machen? Aber ich muss es machen. Ja. Alter. Okay, wir sind auf jeden Fall in den Bergen. Kann man ja sagen, was man will. Warum schicken wir mich denn jetzt hier so? Was soll das? Oh Mann, ich will... Oh, ne. Wer lebt denn da? Wer lebt denn so? Das ist doch gefährlich. Die Verrückten sind alle verrückt, oh ne Scheiße. Sind alle... Sind alle ein bisschen geisteskrank, die Boys und Girls hier. Hallo? Hallo? Guten Tag. Guten Tag. Wenn wir nicht schnell handeln. Wird auch langsam Zeit, John. John, na. Es freut mich, Sie mal in Natura zu treffen. Nett, die Stimme endlich einem Gesicht zuordnen zu können. Geht mir ebenso. Doch um ehrlich zu sein, über Funk werden Sie attraktiver. Und Sie sind? Lydia. Ehemals von der SFB. Hm. Also. Warum helfen Sie uns? Mr. Sims hat mich über Ihren Kampf gegen die Separatisten in Kenntnis gesetzt. Ich denke, dass wir einander helfen können. Ich suche einen Mann. Ein wichtiges Ziel des Mossad. Wen? Dr. Sergej Flostov. Wenn Sie mir helfen, ihn zu finden, unterstütze ich Ihr Bestreben gegen die Separatisten. Und Ihre anderen Aktivitäten. Abgemacht. Wie lautet der Plan, Frank? Wenn wir die Anführer der Zellen ausschalten, während bei Ihnen durcheinander herrscht, werden Sie zerfallen. Doch das wird nicht einfach. Die Anführer der zwei stärksten Separatistenzellen in Georgien sind Thomas Ida Munize und Ina Zacharayan. Und die stehen kurz davor zu heiraten. Wenn Sie Ihre Truppen vereinen, werden die Separatisten zu einer wahren Bedrohung für die amtierende Regierung. So, erledigen wir einen der beiden und lassen es wie eine Falle erscheinen. Dann werden Sie sich gegenseitig zerfleischen. So hab ich mir das gedacht. JSOC hat Sedemanitzas Beseitigung bereits bewilligt. Aber wo... Die Hochzeit wird in zwei Tagen in Kozori stattfinden. Ich bin nahe Kozori aufgewachsen. Ich könnte eine Stadtkarte es gibt hier. Gut. Wie voraus und finde einen Ort, an dem du das Ziel im Visier hast. Schon dabei. Es ist eine Hochzeit. Also, achte auf freie Sicht zur Kirche. Ich weiß, ich kann dir vertrauen, Lydia. Halte die Kommunikation offen. Das war's. Tick-Tack. Natürlich, Mr. North. Alter. Bin ihr ernst? Bin ihr ernst? Also, ich meine, die Blonde ist ja schon grenzwertig. Aber die andere jetzt mit dem Ausschnitt, das ist ja für propagierende Teenager gemacht worden. Ohne Scheiße. Ich meine, ich finde das... Natürlich springe ich da drauf an. Das ist ja ganz klar, ja. Aber es muss doch nicht sein. Das muss doch nicht so billig. Das ist schon echt... Ach, das ist schon ein bisschen sehr billig. Das ärgert mich schon ein bisschen. Das kränkt mich schon so ein bisschen. Meiner Zocker-Ära so ein bisschen, ja. Muss ich ja schon mal ehrlich sagen. Naja. Auf jeden Fall. Ich denke, jetzt ist die Folge lang genug. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Lasst Like da, wenn es euch gefallen hat. Bis zur nächsten Folge. Danke nochmal. Euer Jens von Netzwerken. Und los. Wart rein. Ciao. Ciao.